Hype, 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 SUD come back. Jetzt geht's los Leute, der PTA ist endlich da. Ihr könnt euch eure Klasse erstellen, ihr könnt auch mehrere Klassen erstellen und alle Runen testen. Und die Runen schauen richtig, richtig geil aus. Wir bekommen einmal Runen für Rücken und Ring. Wir können unseren Waffenskill ändern, indem wir eine Rune an die Finger anbringen. Zum Beispiel hier, der Ork könnte jetzt auch Schwerter plus 5 nehmen. Das heißt, Orks wären nicht mehr gebunden an Äxte. Blizzard hat auch schon gesagt, es wird kein Spoiler geben über die Fundorte der Runen für Phase 4. Also, es ist nur der Name bekannt und die Runenfähigkeiten. Die T1-Sets werden jetzt komplett überarbeitet. Der Z-Bonus wird überarbeitet und bekommt jetzt endlich mal einen Sinn. Weil es gibt viele Z-Bonus, die für den Arsch sind und da kommen jetzt richtig starke ins Spiel. Generell die T1-Sets werden überarbeitet, also auch die Werte. Viele bekommen mehr Aussauber dazu. Das heißt, die Änderungen sind jetzt nicht so groß von den Z-Bonus, aber von den Z-Bonus sind die dafür größer. Und wir bekommen endlich die Hybrid-Clusten, wir bekommen Tank-Rogue-Sets, wir bekommen Hexemeister-Tank-Sets und so weiter. Dann hat Wowhead noch ein neues Axt-Modell gedatamined und es sieht aus, wie die Axt des Szenarios die Broxiga der Rote schwingt. Broxigas Axt des Szenarios ist eine Waffe, die tief in der Überlieferung verwurzelt ist. Laut Warcraft-Wiki wurde die Axt des Szenarios von Malfurion Stormrage speziell für Broxiga hergestellt. Broxiga selbst ist legendär dafür, dass er Sargeras mit dieser Axt körperlich verletzt hat. Also einer von zwei Sterblichen, die das jemals getan haben. Ein bisschen Geschichte, WoW-Geschichte, wer sich damit auskennt. Keiner weiß, wie man an die Axt kommt, also da gibt es noch keine Informationen dazu. Aber es sieht so aus, als könnte es mit dem Smaragdgrünen Traum oder möglicherweise dem Smaragdgrünen Albtraum verbunden sein. Es kann also sein, dass wir diese geile Axt bekommen und wahrscheinlich wird es eine legendäre Axt werden. Wann genau sie kommt, zu Anfang oder erst später, wahrscheinlich erst später in Phase 4. Das wissen wir leider zu diesem Zeitpunkt noch nicht. In der Vorschau für Phase 4 hat der Blitzer bereits angekündigt, dass die Priestern die Möglichkeit geben wollen, die Fähigkeiten anderer Rassen zu erlernen. Dem Versprechen sind sie jetzt nachgekommen, also zum Beispiel 4-Schutz für Zwergpriester oder verschlängene Seuche von Untoten. Das könnt ihr jetzt erlernen, also richtig geil. Zudem hat Zulfuras, ein sehr bekannter Gegenstand im WoW-Klassiker, ein Update bekommen und zwar vor allem für Druiden. Sie bekommen mehr Angriffskraft, aber auch für andere Klassen, zum Beispiel physische Schaden wird um 10 erhöht auf dem Ziel. Die Weltbosse Azurigos und Lord Kazak erhalten ihre eigenen Instanzen und werden für 20 Spieler optimiert, also 20 Mann Raids. Des Weiteren wird Onyxia ebenfalls angepasst, um 40 oder weniger Spieler aufzunehmen. Das heißt, es könnte sogar skalieren. Und es gibt auch Beuteanpassungen in Onyxia, das heißt, der Loot wird auch angepasst. Aber nicht nur Uni, auch MC wird angepasst. Das heißt, die Beute wird überarbeitet und die T1-Sets werden überarbeitet. Spieler können auch mit einer neuen Mechanik und mit einem variablen Schwierigkeitsgrad für mehr Spannung sorgen. So wie es ausschaut, wird es zwei oder drei Schwierigkeitsgrade geben. Blizzard schreibt auch, außerdem vergessen sie ihre feuerresistente Ausrüstung nicht, sie werden sie brauchen. Wir werden diesem klassischen Raid-Dungeon noch eine weitere Überraschung hinzufügen, die unerschrockene Abenteuer entdecken können. Aber bis heute haben wir noch keine Informationen dazu. Blizzard wird dir uns in den nächsten Wochen einmal nachreichen. Wir bekommen natürlich die ganzen Dungeons, Strat, Scholo und so weiter und natürlich ganz viele neue Runen, die ins Spiel kommen. Diese werde ich aber in einem separaten Video bearbeiten. Und das Tier 0 Set, also das Dungeon Set, das bekommt auch ein Update. Also besser gesagt, nur das Design bekommt ein Update und ich finde, die Sachen schauen richtig, richtig geil aus. Das sind die Sets übrigens, die ihr aus den normalen Dungeons bekommt. Dafür müsst ihr keine Vorquests machen, da geht ihr einfach Scholo, Strat, was auch immer. Und dann könnt ihr dieses Set farmen. Und wir bekommen neue epische Ringe. Schaut sie euch an. Hier für Schurken erhöht eure Trefferschance um 1%. Mit allen Angriffen und Zaubern 28 Angriffskraft erhöht eure maximale Energie um 10%. Richtig nice. Oder bei einem Treffer im Kampf besteht eine Chance, dass der Angreifer 3 Sekunden lang an Ort und Stelle eingefroren wird. Für Jäger auch ganz geil. Für Tierheilen. Also richtig geile Ringe am Start hier. Big News einfach. S&D hat zurückgeschlagen. Ich wusste es. Aber Blizzard hat schon gesagt, es sind auch nicht alle Neuigkeiten gewesen. Wir werden in den nächsten Tagen noch weitere Neuigkeiten in News sehen. Deshalb, um nichts zu verpassen, abonniert den Kanal. Ihr werdet mir damit sehr helfen. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald.